Alter, das ist so lange her, holy shit. Damn, streckt die den Booty raus. Girl, was ist da los? Aufstehen bitte. Ja. Hallo. Hallo bei Grey Skies und so. Dieses Spiel ist super, weil es einen ganz großen, nervigen Bug hat. Denn wenn man jetzt einmal hier in Settings reingeht und dann, keine Ahnung, dann einmal die Graphics anguckt oder mal irgendetwas an den... an irgendetwas halt irgendwas ändern möchte und man dann Continue macht, startet man am letzten Checkpoint. Und egal wie weit man ist und die Checkpoints sind halt echt scheiße verteilt. ... 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 Ihr habt mich jetzt aber nicht gesehen, oder? Ja, bereit für die Nahaufnahme. Gut, mach. Au. Na, cool. Das hat erstaunlicherweise gut funktioniert. Was? Warum? Easy. Einfach nur easy. Okay. Thumbnail. Mit meinem wunderschönen Gesicht da drin. So. Wo? First Aid, das ist schon mal eine gute Sache. Metall voll. Meine Rubber sind immer noch voll. Ah, ja, Upgrade. Upgrade. Bitte, 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 bitte. Rubber can use... Ah ja, wir heißen übrigens Harper. Can you use Focus Mode, Unhindered, and Sprint while Focusing? Okay. Oder... Gains Ability to craft Flashbang. They can be thrown to stun enemies or drop... Okay. Ja, weißt du was? Ich nehme die Flashbangs. Ich habe zwar keine Ahnung... Ja, und das nehme ich auch gleich mit. Nice. Wie man Sachen wirft... Aber... Was soll's? Ähm... Exit. So. Agil ist die Junge. Die junge Dame. Head to... Wehrsand... Warehause. Ja, alles klar. Was ist das hier? Was ist da los, Harper? Vor allem... Wehrsand Warehouse. Ja. Habe ich gerade gesagt. Vor allem schön, dass das hier noch mit einer Taschenlampe angeleuchtet wird. Sehr gut. Wie zum... Okay, so kann ich das schon mal machen. Jetzt ist ein... Ihr sitzt da drüber, ne? Momentchen. Äh... Nein. Das. So. Ich setze mich mal ein bisschen weiter zur Seite. Du kleine Möwe. Möwe. Du kommst mit. Ja. Denn... Ich habe... Da... Kann ich das mit Q und E aktivieren. Und deaktivieren. Aber... Ne, nur mit Q. Äh... Aber ich habe halt... Ich weiß halt nicht, wie ich werfe. Mit Mausrad kann ich die Sachen zwitschen. Aber wie werfe ich? B? V? C nicht. Kann ich Flashbangs machen? Ich kann Flashbangs machen. Natürlich. Und... Mit Mausrad, äh... Mache ich das... Das Wichtige. Die Schulter, worüber man guckt, wechseln. Das ist das Wichtige halt. F? Nein. F ist dieser... Dieser komische Fokus. D-H-J-K-L-Ü-Ä... Äh... Nicht. Caps. Nein. Tab. Look around. Danke, Tab. Ja. Keine Ahnung. Was fritzelt hier die ganze Zeit? Da drin irgendwas. Ja, dann gehen wir doch mal gucken. Hallo? Basic. Plus eins. Jawohl. Eine Tasse. Ach, Glas. Dann noch Wasser. Natürlich. Übelst fancy... WLAN-Router. Okay. Auch überhaupt nicht dreckig. Sehr nice. Was haben wir hier? Ein Rubber. Kann man immer mal gebrauchen. Okay. Ja. Glas. Jo. Batterie. Hallo. Chemikalien. Wer hat's nicht? Einfach so hier rumstehen. Nur ein bisschen Wasser. Ein... schwebender Notizblock. Don't ask. Just don't ask. Und ein bisschen Metall. Natürlich. Ey, das ärgert mich ja jetzt gerade, ne? Dass ich nicht weiß, wie ich werfe. Ist es aktiviert? Ah, natürlich. Rechte Maustaste. Dass ich da nicht gleich drauf gekommen bin. Ich meine, wenn ich es nicht aktiviert habe, ist halt rechte Maustaste Zoom. Fix the Gate Controls. Ja, da hab ich doch was. Äh, wie wär's mit ein bisschen Wasser? Aber dann kann ich auch nicht laufen. Okay. Das heißt, ich geh einmal hier hin. Schmeiß ein bisschen Wasser da drauf. Ja. Danke. Okay. So, meine Verteidigung, das hat mal funktioniert. Was hab ich denn jetzt hier? Ein bisschen Explosive-Kram. Kann ich hoch? Nee? Okay. Bevor ich hier irgendwo hingehe. Okay, hier kann ich hoch. Und da kann ich noch weiter hoch. Denn hier ist natürlich der beste Spot zum Pause-Machen. Oh, dang. Pack das weg. Dankeschön. Was zum Teufel ist das denn? Das ist aber ein schniekes Schipperchen. Field Office Key. Natürlich. Dankeschön. Oh, oh. Huh. Dieser Drop. Hä? Servus. Was haben wir hier? Das ist ein Alu. Folie. Batterie voll. Toll. Surrender Flag. Hä? War das eine weiße? War das eine weiße Fahne? Oder die französische Fahne? Moment. 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 Ich weiß gerade nicht, aus welchen... Moment. Das muss ich ja mal kurz nachgucken. Da komme ich jetzt nicht drum rum, dass ich da jetzt mal gucke, aus welchem Jahr das Spiel ist. November 2020. Alle Rezensionen größtenteils negativ. Nice. Good Job. Ich wüsste gerne, wo... Yo. Man sieht sich. Oh. Haha. Wo muss ich denn hin? Oh. Jo. Moin. Oh. Zu fett. Ha. Mach's gut, Bruder. Auf jeden Fall. Flashbang übelst gut. Ach, tatsächlich. Jetzt sehe ich es auch. Nice. Hä? Aber wo muss ich denn hin? Ich meine, wie komme ich denn da hin? Wo ich hin muss? Moin. So. Jetzt bin ich wieder safe. Äh. Oder auch nicht. Hallo. Äh. Ich würde gerne einmal... Oh Gott. Wo war denn das jetzt noch? Oh. Moin. Hä? Dude, dein Knüppel ragt durch die Tür. Immer ein guter Job. Das Problem habe ich auch ab und zu, aber... Junge. Doch nicht bei der Arbeit. Kannst du die Tür nicht aufmachen? Ja gut. Dann halt nicht. Ich glaube, ich glaube, da muss ich lang. Gut. Ja gut, dann... Würde ich aber trotzdem ganz... Äh, fixe Gate-Control? Äh, schon wieder? Wo war denn jetzt nochmal mein... Fucking Inventar? E? U? U? R? Ach, er war Flashler. Ja, natürlich. Äh... G? H? J? K? L? Ich weiß es nicht mehr. Nein, das nicht. Ach, C. Genau. So, was ist das? Rubberbomb. Ja, okay. Ich hätte aber trotzdem ganz gerne noch ein Flash bringen, oder? Ah, da fehlt mir das Metall. Äh, Shocker fehlt mir auch Metall. Uh, Shocker. Hm. Frames droppen gerade. Na, sollte im Moment alles gut sein. Also, mir werden zumindest keine angezeigt. So, und du, Witzpiepe. Komm mal, entweder... Entweder rein oder raus. Er steht halt hinter der Tür. Du bist ein Genie. Na gut. Häää! Hei, hei, hei. Was war das denn jetzt? Dude! Aha! Getrickst! Muss ich hier irgendwas machen? Nö, cool. Nee, kämpfen funktioniert nicht. Ich hab halt nur... Also, in dem Sinne halt nicht. Ich hab halt nur das, was ich mir craften kann und was ich dann halt werfe. Mit anderen Worten, einmal hier eine Flashbang hin. Nur zur Sicherheit. Und, äh, dann Hackengas. Hallo! Das Problem ist halt, die Typen machen exorbitant Damage. Und ich weiß nicht mehr, wie ich heal. Au! Hallo! Hallo! Natürlich muss ich schieben! Ja! Moin, Leute! Na, alles frisch? Oh, das ist nicht gut. See ya! Ich mach noch mal ne Runde. Okay. Äh... Oh, das ist nicht gut. Warte ich nicht zum Heilen? Ich musste irgendetwas lange gedrückt halten zum Heilen. Ach, komm schon! Na, was hab ich denn sonst noch? Ich hab noch... ...Schockgranaten. Oh! Alte, den einen hab ich ja voll zerlegt. Oh, und noch jemanden. Schau mal, erstmal... Klasse. Das hat gut funktioniert. Schieben, 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 schieben. Und einmal schocken. Schieben, 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 schieben. Und nochmal so. Hä? Ich kann halt nicht mehr schieben. Und ich komm da auch nicht hoch. Weil da ein kleines Löchlein in der Wand ist, muss ich die... Okay. Das hab ich nicht gesehen. Ach, komm, das hat aber keiner von uns gesehen. Äh, wie war jetzt nochmal? Jetzt sollte ich mir merken, wo das fucking Inventar ist. Da, C. Mir fehlt Metall. Für einfach alles. Gut. Oh, 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 oh. Ähm. Ach, hier. Ja, natürlich, Dark, du hast alles gesehen. Du hast natürlich auch 300% Sehkraft, also. Nicht X. C war es nicht. Was muss ich denn halten? Nein, das nicht. Damit ich... ...mich... ...heile. Hab ich überhaupt was zum Heilen? Nie. Hab ich gar nicht. Gut. Das erklärt's. Was haben wir hier? Ich bin zurück in den Club. Jesus ist... ...he's killt everyone. Und ich werde versuchen, ihn durch den Bruch. Geh weg, geh zurück zum Flatt. Und dann... ...ich weiß ich nicht. Oh, Jesus. Jesus. Jesus, ich kann nicht glauben, dass das shit ist. Es ist zu viel. Aber ich... Ich bin sorry. Gabi, ... 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 Die Laser. Ja. Kennen wir schon. Ich weiß nicht, ob... ...ob man irgendwie... ...Screenshots oder sowas von diesem Spiel kennt, aber... ...ist... ... ...viel... ...dabei von... ... ...Krieg der Welten, oder wie der Film heißt. Diese... ...Weltenzerstörer. Hallo, nimm das Radiergummi mit für... ...für deine... ...Gummibombe. Aber die Leute, die hat's... ...wäh mal... ...übel zerfetzt. Hätte jetzt nicht gedacht, dass die doch so effektiv ist. Natürlich kommt das auch noch aus dem Abfluss raus. Was haben wir hier noch? Glas. Wer kennt das nicht? Glas einfach so irgendwo rumliegen. Oh, Metall. Metall. C für... ...Zinventar. Danke dafür. Jawohl. C könnte natürlich auch für Crafting-Menü... ...ääh... ...stehen. Oder... ...allgemein... ...Crafting. Aber... ...Zinventar ist natürlich viel... ...viel interessanter. Oh. Hier ist anscheinend auch ein Teil... ...rausgekommen. Cool. Crafting ist ja ein Wort... ...natürlich. Moment, ich hab doch einen Schlüssel. Wollen sie das irgendwie... ...verwenden oder so? Nicht? Das nenne ich doch mal... ...obvious... ...obvious Loch. Glas ist voll. Hierso könnte man schön Wasser aufhüllen. Aber nein. Die gute Harpe hält sich ja was für... ...für was Besseres. Ach, Schlüssel. Nice. Boah, die Steuerung ist so... ...schwammig einfach nur. Oh. So. 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 Dann... ...was haben wir? Das haben wir... ...der Flash-Bring könnten. Na komm. Mach ich mal so. Siehste. Schlüssel auch verwendet. Nice. Glas kann ich immer noch nicht mitnehmen. Ich find's ja übrigens auch schön, dass die Gegner einfach durch Blitzexplosionen... ...einfach erscheinen. Ich mein, diese... ...Blitz... ...Trollers da gerade eben. Na, darüber lässt sich diskutieren. Aber die normalen... ...I mean, why? I mean, please. Stop it. Get some help. Und hier... ...kommen doch bestimmt wieder welche. Jawoll. Guck. Pschum. Pschum. Und die Leute sind da. Du siehst mich nicht. Oh, shit. Das Bewegung. Das Butt-Shake. Ich mein, ich könnte easy peasy in die Luft springen, ne? Oh. Nicht gut. Okay. Ich mein, ich könnte easy peasy in die Luft. Ich kann nicht mehr 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 peasy in die Luft. Okay. Natürlich liegt hier jetzt der Schlüssel für das andere Gebäude. I mean, of course. Na, wo ist er? Da ist er. Der andere Typ? Keine Ahnung. Irgendwo. Can you please stop? Stop open the goddamn door. Hallo? Heilung. So, was war das denn jetzt? H für Heilung. Nicht. C für... Nein. F. Nein. X. Nein. B. Nein. J. Ich weiß, ich musste irgendetwas lange gedrückt haben. T. Nein. Z. O. Natürlich. Z steht für... Z. Okay, aber sie sind weggepufft. Goddamn. Welche Taste muss ich... Muss ich drücken? E? E. Für E. Nimm mal ein Medkit-Ala. Och, nö. Was wird das? Okay. Das ist jetzt ein... Schocker. Ja. Volle... In... Ins Gesicht. Hi. Ja. Au. Boah, Junge, der haut aber ganz schön rein. Im wahrsten Sinne des Wortes. Jo. Nehme ich mit. Nehme ich mit. Zia. Und da ist er wieder weg. Weggepufft. Was haben wir da eigentlich? 978 Steps habe ich in diesem Spiel bisher gemacht. Das ist mehr, als ich bei der Arbeit mache. Haha. Ich meine natürlich... Ja, gut. Danke.